Bei meinem großen Kurviger Tutorial habe ich ja schon gesagt, ich will mal was machen über GPX Dateien nochmal im Detail. Und genau das wollen wir uns heute angucken, ja und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute soll es um GPX Dateien gehen, genauer gesagt, wie sie funktionieren. Wir wollen uns das halt im Detail mal angucken und was entsprechend auch die Navi-Apps und die Navi-Geräte daraus machen. Mein üblicher Disclaimer vorneweg, es wird heute ziemlich technisch, also letzte Chance für alle, die es nicht so im Detail interessiert, aufzuspringen. Es gibt wie üblich unten Kapitelmarken, wo ihr bestimmte Punkte direkt anspringen könnt. Ich hoffe, dass dabei für euch rausspringt, dass ihr halt ein bisschen Hintergrundinfos kriegt und wie gesagt, vor allen Dingen so ein bisschen deuten könnt, warum ein Navi-Gerät oder eine Navi-App in einer bestimmten Form auf eine GPX-Datei reagiert. Ja, was sind jetzt GPX-Dateien? GPX steht für GPS-Exchange-Format. Das ist ein Format, das von der Firma Topographics irgendwann mal Anfang der 2000er Jahre eingeführt worden ist. Und das Interessante oder Wichtige dabei ist eigentlich, ist es wirklich als offenes, lizenzfreies Format angelegt worden, was halt jeder auch gebührenfrei benutzen kann. Und was für mich eigentlich noch wichtig ist, dass die auch noch erweiterbar ist. Das heißt, es legt einen Grundstock fest, wirklich die rudimentären Funktionen, die gebraucht werden, um halt GPS-Informationen auszutauschen. Aber es gibt die Möglichkeit, das Ganze noch zu erweitern und da kommen wir dann später auf jeden Fall auch nochmal drauf zurück. Basieren tut das GPX-Format auf dem XML-Format. Das ist also so ein generisches Format, was irgendwann mal erzeugt worden ist, um primär Daten auszutauschen. Und ein wichtiger Punkt bei dem XML-Format war, dass es halt ein Format ist, was idealerweise vom Computer als auch vom Menschen noch gelesen werden kann. Das Ganze basiert auf ganz einfachen Textdateien. Und die Textdateien haben halt eine bestimmte Formatierung, wie halt Daten sozusagen gekennzeichnet werden da drin. Eine XML-Datei besteht also aus einzelnen Elementen. Die Elemente sind gekennzeichnet durch sogenannte Tags und haben dann immer einen Start- und einen Endtag. Das Endtag ist immer das mit dem Schrägstrich hinten dran. Und dann können die Inhalte noch haben, die zwischen den Start- und den Endtag gepackt werden. Das kann einfacher Text sein. Das können aber auch andere Elemente sein, die wiederum Inhalt haben können oder eine Mischung aus beidem. Elemente können außerdem auch Attribute haben. Die werden dann halt in dem Tag mit angegeben. Auch mehrere. Immer ein Attribut mit dem entsprechenden Wert. Und wenn ein Element keinen Inhalt hat, dann gibt es da auch nochmal eine verkürzte Schreibweise. Ein sogenanntes Leerelement kann also auch hier, wie gesagt, in dieser gekürzten Form geschrieben werden, wo man kein explizites Endtag hat, sondern diesen Schrägstrich einfach in das Tag mit hinten rein packt. Und das Ganze funktioniert auch mit einem leeren Element sozusagen, was Attribute hat. So, das sind jetzt die Bestandteile, die wir zur Verfügung haben. Und daraus können wir uns jetzt da eine Struktur zusammensetzen, um bestimmte Daten abzubilden. Ich habe es jetzt hier mal ganz einfach gemacht. Ich sage, ich will Daten über eine Person speichern. Das heißt, ich habe einen Tag für eine Person, ein Element. Das hat zwei Attribute, Name und Nachname. Und da packe ich halt die entsprechenden Werte rein. Das Ganze hätte ich aber auch genauso gut so machen können. Ich habe ein Element Person und das hat zwei Unterelemente, Name und Nachname. Und die haben einen entsprechenden Inhalt. So, und da geht es jetzt natürlich los. Im Prinzip könnt ihr das Ganze so gestalten, wie es für euch am besten ist. Aber das ist natürlich irgendwas, wenn ihr euch irgendwas ausdenkt, kann ein Computer das nicht automatisch lesen. Das heißt, da muss es schon bestimmte Regeln geben, anhand der, der Computer dann halt feststellen kann, okay, was ist da überhaupt drin und auch feststellen kann, ob das richtig ist, was da drin ist. Eine kleine Sache, die ich hier noch kurz einschieben will. Generell geht es ja um die Lesbarkeit quasi, auch für den Menschen immer noch. Und da ist es natürlich schön, wenn hier so schön ausführlich Nachname da steht zum Beispiel. Aber wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, da ist sozusagen, sind die zwei Tags, Nachname vorne öffnend und schließend, schon mehr Zeichen als der eigentliche Inhalt. Und wenn ihr das vervielfacht, das heißt, damit verbratet ihr eine ganze Menge an Speicherplatz. Und deswegen werden halt Elementnamen gerne abgekürzt. Das sehen wir später dann auf jeden Fall mal. Vermindert natürlich einen kleinen Ticken die Lesbarkeit. Aber im Normalfall, wenn ihr wisst, worum es dabei geht, dann sind eigentlich diese Abkürzungen auch meistens recht gut zu verstehen. Wie kriegen wir jetzt aber diese Regelungen in den Griff? Und da gibt es zwei weitere Dateien bei XML. Die eine nennt sich DTD, die andere XSD. Das geht Document Type Definition oder XML Schema Definition. In beiden Dateien geht es darum, dass halt dieses ganze Regelwerk jetzt da, welche Attribute gibt es, welche Elemente gibt es, wie oft dürfen die vorkommen, wie oft müssen sie vorkommen und so weiter, die werden in dieser Art Dateien geregelt. Und damit kommen wir jetzt auch endlich wieder zurück zu unserer GPX-Datei. Wenn wir da dann mal reingucken, dann ist das Wurzelelement sozusagen in dieser GPX-Datei halt ein Element vom Typ GPX. Und neben den Attributen Creator und Version gibt es dann zum Beispiel dieses XML NS. Das steht für XML Namespace. Und da ist jetzt sozusagen angegeben, was das Regelwerk für diese GPX-Datei in dem Fall ist. Und hier sehen wir auch, das wird bereitgestellt von der Firma Topographics. Und das können wir auch aufrufen, das Ganze. Das heißt, wenn wir uns diese URL aufrufen, und da schalte ich jetzt dann auch nochmal richtig auf den Browser um, dann finden wir hier die Dokumentation von dem Schema vor. Und hier können wir jetzt halt wirklich gucken, was ist das Regelwerk für eine GPX-Datei. Und da können wir hier einfach mal runterrollen. Und dann sehen wir hier schon gleich unser Wurzelelement GPX. Das hat Versionsnummer, hat man gerade schon gesehen, Creator. Hier gibt es noch Metadaten. Und dann, hier geht es nämlich genau los mit diesen Abkürzungen, die ich gesagt habe. Hier wird halt nicht mehr Waypoint ausgeschrieben, sondern WPT für Waypoint, RTE für eine Route und THK für einen Track. Und hier steht aber auch noch mehr drin. Hier steht jetzt zum Beispiel dahinter eine 1. Das heißt, dieses Attribut muss genau einmal vorkommen. Ist also ein Pflichtattribut. Genauso hier der Creator. Auf der anderen Seite haben wir hier diesen Metadata, das Metadata-Element. Und hier steht jetzt 0 bis 1 drin sozusagen. Das heißt, es muss nicht vorkommen. Es kann null mal vorkommen. Kann maximal einmal vorkommen. Das heißt, das ist sozusagen optional. Und das ist jetzt wieder ein Typ, den können wir uns auch gleich nochmal angucken. Genauso geht es jetzt hier weiter. Wegpunkte können 0 bis beliebig oft vorkommen. Das heißt, man kann sie ganz weglassen. Oder man kann beliebig viele davon reinpacken. Und genauso für Routen und für Tracks. Das hatte ich ja schon hier gesagt. Hier ist jetzt angegeben. Dafür gibt es einen Metadata-Type. Rollen wir hier ein bisschen weiter runter. Der ist hier beschrieben. Und da geht es auch wieder los. Hier sieht man jetzt die ganzen Informationen, die in den Metadata-Daten angegeben sind, sind optional. Müssen nicht vorkommen. Können aber maximal bis zu einmal vorkommen. Und hier gibt es dann zum Beispiel Name, Beschreibung, Autor, Copyright, Link und so weiter und so fort. Hier gibt es auch Extensions. Kleiner Hinweis auf diese Erweiterbarkeit. Aber da kommen wir relativ viel später erstmal zu. Und genauso geht es hier unten dann weiter. Hier gibt es diesen Waypoint-Type. Also Wegpunkt-Type. Und da dasselbe Spielchen. Es gibt also zwei Pflichtfelder. Längengrad und Breitengrad. Auch wieder schön abgekürzt. Latitude, Longitude, Lat-Long. Wie gesagt, muss vorkommen. Einmal. Und dann die ganzen anderen Sachen hier unten sind eigentlich wiederum optional. Kann man machen, muss man aber nicht. Und dann gibt es halt sowas wie Elevation. Die Höhe. Zeit, die auch als Datum und Zeit angegeben ist. Das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir hier unten nochmal Name, Kommentar, Beschreibung, ein Link, ein Symbol, ein Type und so weiter und so fort. Aber all das ist hier optional. Und ein kleiner Hinweis schon mal. Dieser Waypoint-Type, der wird wirklich auch sowohl bei den Wegpunkten an sich, bei den Routenpunkten, als auch bei den Trackpunkten immer wieder verwendet. Das heißt, der Aufbau ist immer derselbe. Er heißt nur unter Umständen mal anders. Und so könnt ihr in dieser Schema-Dokumentation genau nachgucken, was ist erlaubt, was ist alles definiert und so weiter und so fort. Und wir fangen jetzt einfach mal an und gucken uns die einzelnen Sachen mal an. Starten tun wir mit den Wegpunkten. Das habe ich jetzt hier nochmal so ein bisschen rausgegriffen. Das heißt, wir können ja, haben wir gesehen, in der GPX-Datei, in dem GPX-Element kann es beliebig viele Wegpunkte geben. Da gab es Längengrad, Breitengrad als Attribute, die auch da sein müssen. Und dann gab es Unterelemente, die da sein können. Ich habe jetzt hier auch nur einen Auszug, das heißt, es ist nicht komplett. Elevation, wie gesagt, die Höhe, die Zeit, Datum, Uhrzeit, Name, Kommentar, Beschreibung, Symbol, diese Extensions. Und da können wir jetzt da mal in eine richtige Datei reingucken. Wichtig ist halt bei den Wegpunkten, hier geht es noch nicht um Wegpunkte wirklich von der Route, sondern mehr so in die Richtung POIs, also Points of Interest zum Beispiel. Für mich immer wieder ein schönes Beispiel ist hier Passknacker-Punkte. Das heißt, auf der Passknacker-Webseite, wenn ihr euch da angemeldet habt, habt ihr die Möglichkeit, Passknacker-Punkte für bestimmte Länder hier runterzuladen und standardmäßig auch hier im GPX-Format. Und da ist jetzt dann wirklich halt nur eine Ansammlung von Wegpunkten drin. Und in so eine Datei wollen wir jetzt mal reingucken. Und bevor wir da richtig loslegen, hier noch ein kleiner Tipp. Generell habe ich ja gesagt, das sind einfache Textdateien. Das heißt, grundsätzlich könnt ihr die mit jedem x-beliebigen Texteditor aufmachen. Es ist aber halt schon sinnvoll, euch einen Editor rauszusuchen, der sozusagen so ein bisschen Programmierfunktionen hat. In meinem Fall habe ich jetzt hier Textmed drin. Und was man dann alles machen kann, will ich hier nur mal kurz anreißen. Das heißt, hier der Texteditor hat jetzt schon erkannt, das ist ein XML-Format, was wir hier vorfinden. Aber das, was ihr hier seht, das passiert relativ häufig. Das heißt, die ganzen schönen Einrückungen, die ihr eben bisher immer in dem Quellcode sozusagen von der GPX-Datei gesehen habt, die sind nicht Pflicht, die sind ja einfach nur wiederum der besseren Lesbarkeit für den Menschen geschuldet. Aber der Computer braucht das halt gar nicht. Und um Platz zu sparen, wird das halt gerne dann auch in den automatisch generierten GPX-Dateien weggelassen. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach mal nach hinten rollen, das ist eine endlos lange Zeile. Und hier tauchen dann irgendwann die Tags einfach auf und sind einfach aneinandergereiht. Das lässt sich natürlich, wie gesagt, für uns schlecht lesen. Und da gibt es hier dann zum Beispiel bei dem Editor auch die Möglichkeit, unter Bundles XML-Tidy kann ich sozusagen den Quelltext neu formatieren. Und der sorgt jetzt dafür, dass diese ganzen Einrückungen schön stimmen. Die andere Geschichte, die der beherrscht, ist das ganze Einklappen. Das heißt, hier ist ja jetzt zum Beispiel so ein Element mit öffnendem und schließendem Tag und dazwischen ist irgendwas. Und das erkennt er als ein zusammenhängendes Element. Und das können wir hier entsprechend auf- oder zuklappen. Was natürlich schön einfach ist dann, um das Ganze irgendwie zu lesen. Und da fange ich dann meistens an, wenn ich mir so GPX-Dateien angucke, dass ich halt erst mal hierher gehe und sage, er soll erst mal alles zusammenklappen. Jetzt sieht es im Moment erst mal so aus, als wäre es wieder einfach nur eine Zeile. Aber es ist jetzt einfach erst mal nur zugeklappt. Und hier kann ich jetzt schön Schritt für Schritt hergehen und kann sehen, was der Reihe nach für Elemente drin sind und kann mir eins nach dem anderen angucken und gucken, was da wirklich drin ist. Damit jetzt aber genug zu dem Editor an sich und wir gucken uns jetzt wirklich mal so eine Datei an. Ich habe mir jetzt einfach mal Portugal rausgefischt, weil es da nicht ganz so viele Wegpunkte sind. Aber generell könnt ihr das jetzt da hier sehen. Hier oben gibt es einen kleinen Metadaten-Ausschnitt. Da sehen wir dann auch einen Link drin, passknacker.com. Da ist es hergekommen. Das Datum, Uhrzeit, wann ich es exportiert hatte und die Abgrenzung von dem Bereich, der exportiert worden ist. Interessanter sind jetzt aber halt hier die ganzen Wegpunkte. Und da geht es halt los. Wir hatten ja gesehen, wir haben jetzt wirklich einzelne Wegpunkte. Längengrad, Breitengrad, das sind die Attribute, die auch Pflicht sind. Und dann haben wir hier noch einen Auszug an Elementen, die jetzt hier angegeben sind. Wie gesagt, die Höhe ist mit angegeben. Die Datum und Uhrzeit ist in dem Fall wiederum, wann es exportiert worden ist. Wir haben Namen, wir haben Kommentar und Beschreibung, sind in dem Fall gleich. Hier ein Symbol und auch schon eine Extension. Extensions gucken wir uns dann aber später mal an. Soweit die Datei. Aber wie sieht das Ganze jetzt da sozusagen auf einer Karte visualisiert aus? Dafür habe ich mir das Ganze mal hier in den Route-Converter reingeladen. Da können wir jetzt schön auf der Seite sehen, die ganzen Wegpunkte sind aufgelistet. Und wir sehen auf der Karte, das sind halt einfach nur zusammenhanglose Wegpunkte, die irgendwo auf der Karte verstreut sind, die ihr dann verwenden könnt, um eure Route zu planen, in eure Route mit aufzunehmen. Aber so, wie gesagt, einfach nur lose Punkte, die irgendwo auf der Karte verteilt sind. Jetzt wollen wir aber natürlich dann auch endlich mal eine richtige Route sehen. Und das ist dann auch schon unser nächster Punkt. Hier gucken wir uns jetzt nochmal die Route an. Das heißt, wir haben das Routenelement, RTE, kann wiederum Namen haben und kann dann beliebig viele Routenpunkte haben. Da wieder RTE, PT für Routepoint. Habe ja schon gesagt, die basieren alle auf demselben Datentypen, Waypoint-Type. Also auch wieder hier Längengrad, Breitengrad, Pflichtfelder als Attribute und dann kann es halt noch verschiedene Unterelemente haben. Auch hier gucken wir jetzt mal in eine entsprechende Datei rein. Ich habe mir jetzt hier also einfach mal eine Route rausgenommen und wie gesagt, erst mal Metadatenblock ist ja grundsätzlich optional. Hier können wir jetzt zum Beispiel auch sehen, dass das Ganze aus Curvica exportiert worden ist und WAN hat einen entsprechenden Namen. Den finden wir jetzt auch hier in dem Routenelement wieder, wenn wir das aufklappen. Hat also auch den Namen. Und dann sehen wir, hier gibt es jetzt wirklich Routenpunkte. In etwa 20 Stück und jeder Routenpunkt hat dann auch nochmal entsprechenden Namen, eine Beschreibung, ein Symbol und ein Typ zum Beispiel. Und so haben wir hier halt mal um die 20 Punkte, die jetzt unsere Route definieren. Und wenn wir uns das jetzt wiederum im Route-Konverter angucken, dann sehen wir jetzt auch schon den Unterschied. Das heißt hier, wie gesagt, um die 20 Wegpunkte, die halt unsere Route beschreiben, die Punkte, die wir anfahren wollen. Und hier ist es jetzt aber so, obwohl die vom selben Typ her sind, ist durch die Route als umgebendes Element festgelegt, dass die Routenpunkte jetzt genau in der Reihenfolge abgefahren werden sollen. In der GPX-Datei steht aber nicht drin, wie das Ganze passieren soll. Wie ihr also von dem einen Wegpunkt zum nächsten kommen könnt. Und das ist jetzt genau die Aufgabe von der Navi-App oder von eurem Navi-Gerät. Das heißt, die suchen sich jetzt daraus, wie komme ich von dem einen Wegpunkt zum nächsten Wegpunkt. Und da kommt es jetzt nämlich auch genau zu dem Punkt, warum, wenn ihr eine GPX-Route habt, die Chancen relativ hoch sind, dass, wenn ihr zwei Leute nebeneinander habt, die die Route importiert haben, dass die eine unterschiedliche Strecke bei sich haben. Das Ganze habe ich mal versucht, hier in der Google-Map so ein bisschen zu verdeutlichen. Und zwar bin ich hergegangen, habe mir mal ein paar Programme rausgesucht, habe jeweils einfach einen Start- und Endpunkt gewählt, immer denselben natürlich, also in dem Fall einfach hier von Dipperts bis zum Zündstoff am Edersee. Und habe die verschiedenen Programme mal die Route berechnen lassen. Zwischen diesen zwei Punkten. Und da habe ich dann angefangen, zum Beispiel mit Kalimoto, mit der Standard-kurvigen Einstellung von Kalimoto. Einfach gesagt, wie gesagt, zwischen den zwei Punkten mal eine schöne Strecke raussuchen. Dasselbe habe ich dann mit Kurviger gemacht. Auch da wieder mit der Standard-Kurviger-Einstellung. Und ups, hier am Anfang sind sie sich noch relativ einig, aber dann geht es auf einmal komplett auseinander. Dasselbe Spielchen dann nochmal mit TomTom. In dem Fall mit Motorrad und Nervenkitzel heißt es. Auf mittlerer Bergigkeit und mittlerer Kurvigkeit sozusagen. Kommt auch wieder was ganz anderes bei raus. Und zu guter Letzt bin ich nochmal hergegangen, habe das Ganze einfach in Google Maps. Einfach gesagt, keine Autobahn, keine unbefestigende Straße. Nee, nur keine Autobahn. Schnellste Strecke. Und kommt nochmal was anderes bei raus. Und das ist, was ich meine, je nachdem, was ihr für ein Navi-Gerät oder eine Navi-App benutzt, kommt was komplett unterschiedliches bei raus. Und selbst wenn ihr zwei Leute wirklich mit exakt derselben Software habt oder demselben Navi-Gerät, dann hat der eine vielleicht ein Kartenupdate gemacht, der andere nicht, wo irgendeine Straße markiert ist oder eine neue hinzugekommen ist oder irgendwas als gesperrt markiert. Der eine hat die Verkehrsmeldung an, der andere nicht. Und so sind die Chancen erheblich höher, dass eine unterschiedliche Strecke bei rauskommt, wie dass die gleiche Strecke bei beiden rauskommt. Also das ist einfach was, womit ihr rechnen müsst an der Stelle. So, und deswegen gibt es natürlich auch nochmal einen weiteren Typen, der das Ganze so ein bisschen umgeht. Und das ist der Track. Auch hier wieder erstmal reingeguckt, was ist der Track in dem Fall. Das heißt, wir haben diesen Track als Element, als umgebendes Element, kann einen Namen haben. Dann gibt es aber erst nochmal Track-Segmente. Und innerhalb der Track-Segmente haben wir dann wirklich die einzelnen Track-Punkte, die beliebig oft auftauchen können. Es kann beliebig viele Track-Segmente innerhalb von einem Track geben und es kann beliebig viele Tracks innerhalb von einer GPX-Datei geben. Und auch hier gucken wir uns jetzt nochmal eine Datei davon an. Tracks entstehen ja meistens dadurch, dass man eine Fahrt quasi aufzeichnet, aber die ganzen gängigen Planungsprogramme für Routen und so weiter können natürlich auch Tracks exportieren. Generell haben wir hier wieder selben Aufbau. Wir haben einen bestimmten Metadaten-Block, in dem Fall auch wieder aus Kurvika raus exportiert das Ganze. Und dann haben wir einen Track da drin mit einem Track-Segment. Und hier gibt es jetzt die ganzen Track-Punkte drin. Track-Punkte auch wieder selber Waypoint-Type als Datengrundlage, das heißt Längengrad, Breitengrad als Pflichtfeld. Und dann können wir hier noch zusätzliche Daten haben. Das ist meistens relativ abgespeckt. In dem Fall ist hier noch die Höhe mit angegeben und Datum und Uhrzeit. Und im Falle von Kurvika, die simulieren das sogar so ein bisschen. Das heißt, die Uhrzeit wird quasi bei den ganzen Punkten sinnvoll fortgeschritten mit einer sinnvollen Geschwindigkeit quasi. Wenn ihr das wirklich als Track aufgezeichnet habt, dann ist natürlich die echte Uhrzeit im Zweifelsfall hier mit drin. Und auch hier gehen wir wieder her und gucken uns das Ganze jetzt dann nochmal im Route-Converter an. Und im Route-Converter sehen wir dann schon mal, hier haben wir jetzt da wirklich eine richtige Linie vor uns. Das heißt, hier ist auch ganz genau vorgegeben, wo es jetzt wirklich lang geht. Aber das nicht durch irgendwelche Anweisungen, sondern schlicht und ergreifend, dass die Abstände zwischen den Punkten wirklich so klein ist, dass, wenn man so verbindet, quasi eine Linie entsteht. Und wir sehen das auch hier an der Seite. Da sind fast 4000 Wegpunkte jetzt da drin. Beziehungsweise es sind halt Trackpoints. Es sind in dem Sinne keine Wegpunkte. Komme ich aber auch gleich nochmal drauf. Wenn wir hier nochmal ein bisschen näher reinzoomen, dann sehen wir auch, okay, in dem Fall, das sind wirklich alle paar Meter, ist da ein Wegpunkt gesetzt. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht abweichen von der Route. Wenn es jetzt aber darum geht, diesen Track zur Navigation zu verwenden, dann wird es natürlich schon wieder ein bisschen trickreicher. Die einfachste Form davon, und da gehe ich hier einfach nochmal 1, 2 zurück, die einfachste Form der Navigation auf dem Track ist halt, dass die App oder das Gerät euch schlicht und ergreifend einfach den Track nur in der Karte einblendet und automatisch eure Position entsprechend in der Karte reinzoomt und anzeigt. Das heißt, ihr seht einfach nur, wo ihr seid. Ihr seht, wo der Track lang geht. Und ihr seid selber dafür zuständig, dem Ganzen zu folgen. Das heißt, es gibt keine Anweisungen. Es gibt keine akustischen Anweisungen oder so was. Oder Abbiegefeile. Es ist wirklich, ihr müsst gucken, dass ihr halt immer dieser blauen Linie hinterher fahrt. Dann ist es aber auch so, dass natürlich die richtigen Navi-Apps in irgendeiner Form einen Weg finden, im Track auch zu navigieren, mitsamt Abbiegehinweisen. Und das fällt schon ein bisschen unterschiedlicher aus. Ich fange jetzt in dem Fall mal mit TomTom an. Und in dem Fall zum Zeigen benutze ich jetzt hier einfach mal das TomTom MyDrive. Das heißt, wenn ich hier den Track importiert habe, dann steht er wirklich als Track drin. Ich habe jetzt hier absichtlich mal, um was zu zeigen, eine Strecke rausgesucht, wo ich auf einer Straße entlangkomme, die aktuell gesperrt ist. Und wo, wie ihr seht, TomTom auch weiß, dass die Straße gesperrt ist. Allerdings ist er jetzt in dem Moment bei einer GPX-Datei mit einem Track drin, wirklich strikte und sagt, okay, das ist genau das, was er in diesem Track festgelegt hat. Da gibt es erstmal nichts dran zu interpretieren. Da soll es lang gehen. Das heißt, er führt auch durch diese gesperrte Strecke durch. Wenn man sich das Ganze in dem neueren Planungstool von TomTom anguckt, also nicht im mydrive.tomtom.com, sondern im plan.tomtom.com, dann wird hier auch extra markiert, dass es sich dabei um einen exakten Track handelt. Das heißt, er ist hier einfach penibel und geht genau nach diesem Track. Das heißt aber auch, das Teil hier, wie ich es jetzt hier gemacht habe, das heißt, ich habe gesagt, das Ganze soll aufs Gerät synchronisiert werden, dann fährt der euch quasi auch sehenden Augens in diese gesperrte Straße rein. Der interpretiert dann nichts. Der gibt zwar Anweisungen, wo es abbiegen geht und so weiter, mit Pfeilen und so weiter und so fort, aber er macht nichts weiter. Wenn wir hier jetzt auf Route bearbeiten gehen, dann fängt er an und versucht, den Track mit seinem Routing nachzubauen und dann berücksichtigt er auch diese Sperrung. Das heißt, in dem Moment sieht er dann, oh, hier ist was gesperrt, da muss ich mir eine Alternative zu raussuchen. Teilweise bei der TomTom Go App auf iOS zum Beispiel hat er das auch schon automatisch gemacht. Wie gesagt, wenn ich es auf TomTom Rider geladen habe, hat er das nicht gemacht. Dann musst du erst hier ein bisschen umplanen und diese Geschichten berücksichtigen und dann wird sozusagen eine Alternative rausgesucht. Und hier noch eine kleine Sache zum Schmunzeln nebenbei. Ich hatte ja schon gesagt, in der GPX-Datei an sich steht auch nichts weiter drin, wie das Ganze geroutet werden soll. Ich meine, bei einem Track macht es eh keinen Sinn. Der gibt ja genau haarfein vor, wo es lang gehen soll. Aber wenn es eine Route wäre, da steht von GPX-Seiten her, von der Dateidefinition her, nichts drin, wie das Routing erfolgen soll und so weiter und so fort. Hier seht ihr jetzt, er hat den GPX-Track einfach hier reingeladen, hat jetzt selber das Ganze ein bisschen umgeplant, aber das steht hier zum Beispiel noch auf Auto. Ich habe mir jetzt hier mal den Spaß gemacht, habe das mal auf Motorrad umgestellt und dann auch auf Nervenkitzel und da kommen immer mal recht lustige Sachen raus. Hier habe ich mal ein Beispiel rausgefischt, also der dunkelblaue, die dunkelblaue Linie ist sozusagen der importierte Original-Track. Und hier habe ich jetzt, wie gesagt, Motorrad, Nervenkitzel, Hügeligkeit, Mittel und Kurvenreichtum, Mittel. Und dann hat er hier wirklich voll den Nervenkitzel eingestreut. Wenn wir uns das Ganze mal auf Google Maps angucken, heißt das, er holt uns hier von der normalen Straße runter, schickt uns einmal durch die Parkbucht durch, also Nervenkitzel vom Fein. Aber bevor ich jetzt anfange zu lästern, solche Aussätze haben andere Navi-Apps auch. Andere Navi-Apps ist dann auch das Stichwort, das heißt, die ganzen anderen machen das im Prinzip von Haus aus so, mit dem Versuch, den Original-Track nachzubilden. Ich habe es jetzt hier nochmal mit Kalimoto gemacht. In dem Fall, um bestimmte Sachen zu provozieren, habe ich meine TomTom-Route von Dippots zum Zündstoff nach Edersee genommen, als Track exportiert und dann diesen Track sozusagen jetzt in Kalimoto importiert. Und was Kalimoto in dem Falle macht, ist, es versucht, den Track mit seinem eigenen Routing-Algorithmus so genau wie möglich nachzubilden, indem es gezielt irgendwo Zwischenwegpunkte setzt. Das heißt, es macht jetzt im Prinzip aus dem Track eine Route und die kann er dann halt wieder navigieren, mitsamt Abbiegehinweisen und sowohl optisch als auch gesprochen. Und das sieht jetzt da hier ja erstmal so nicht schlecht aus. Ja, passt schon. Und das Ganze hat er hier hingekriegt mit sechs zusätzlichen Wegpunkten, außer Start und Ende. Wenn man jetzt da halt hier mal ein bisschen genauer reinguckt, gibt es da schon immer mal ein paar Aussetzer. Das heißt, hier sehen wir jetzt wiederum, er hat hier einen Wegpunkt halt hingesetzt, weil dieser Track da lang ging. Hier weigert sich jetzt aber der Routing-Algorithmus von Kalimoto, hier genau diese Seitenstrecke nachzufahren, wobei das nicht unbedingt auch Sinn machen muss. Also für mich sieht das hier schon besser aus, da wo es eigentlich lang geht. Und selbst hier dieser Wegpunkt 4, dass man jetzt unbedingt nochmal in die Ortschaft rein müsste, müsste hier auch nicht unbedingt sein. Da wäre es, glaube ich, schon bei Sommerfeld generell hier vorbei. Man kann sozusagen hier jetzt dann auch nachher gehen und kann versuchen, einen zusätzlichen Wegpunkt einzufügen und den hier auf diese Strecke zu zwingen. Aber selbst das klappt immer mal nicht, weil Kalimoto halt einfach unter Umständen sagt, das Teil hier, das macht keinen Sinn zu routen und da weigert sich strikte. Ähnlich habe ich hier dann nochmal eine andere Stelle gefunden. Und wie gesagt, ich muss jetzt hier nicht unbedingt durch die Ortschaft durchfahren. Mir ist es da lieber, ich bin so schnell wie möglich dran vorbei. Also in dem Fall hat es den Track eigentlich in dem Moment noch optimiert und es ist jetzt halt wirklich eine Route bei rausgekommen, die dann navigiert werden kann, richtig. Dasselbe Spielchen macht eigentlich auch kurviger. Ja, selbe Geschichte hier. Ich habe denselben GPX-Track exportiert, den ich von TomTom ursprünglich hatte für die Strecke von Dipperts zum Zündstoff nach Edersee. Und hier sehen wir jetzt auch wiederum, die rot gestrichelte Linie ist der Original-Track. Die blaue Linie ist jetzt wiederum die Route, die Kurviger versucht hat nachzubilden anhand von dem Track. Auch hier sind wieder Zwischenwegpunkte eingefügt worden. Und hier sehen wir jetzt schon, Kurviger hat zum Beispiel erheblich mehr Wegpunkte dazwischen gebraucht, um dieselbe Route nachzubilden. Aber auch hier wieder selbe Spielchen, da gibt es dann immer mal Abweichungen. Auch hier dieselbe Möglichkeit jetzt versuchen, mit zusätzlichen Wegpunkten das Ganze wieder auf die Strecke zu biegen, die der Original-Track vorgibt. Kann man dann sozusagen händisch nochmal korrigieren. Unter Umständen macht es aber auch hier wieder Sinn, einfach das beibezubehalten, was es halt war. Aber je nachdem, ich meine, Track macht man im Normalfall für die Navigation meistens dafür, dass man halt wirklich genau die Strecke fährt, die in dem Track vorgegeben ist. Wie sinnvoll auch immer das sein soll. Hier gibt es jetzt aber noch eine zweite, recht interessante Sache, die man beim Kurviger recht schön sieht. Das heißt, ich bin ja hierher gegangen, habe den Track genommen, in Kurviger importiert und hatte alle Optionen an. Das heißt, ich importiere den Track als Overlay. Das ist die rote Linie. Ich importiere den Track und nutze ihn für die Routenberechnung. Das ist sozusagen die zusätzlichen Punkte und die blaue Linie. Und ich importiere die Route als solches, die ich in der Datei finde. So, in der GPX-Datei mit einem Track drin, findet ihr aber in dem Sinne keine Route. Und das visualisiert jetzt hier relativ schön eine Geschichte. Nämlich, wenn ihr einen Track in der Datei habt, gibt es für Navi-App bzw. Navi-Gerät nur zwei Wegpunkte in dem Track. Nämlich der Start und das Ende. Und das kann halt für eure Navigation relevant sein. Nämlich, wie geht euer Navi oder eure App damit um, wenn ihr den Track entlang navigiert. Bei Curvigor und Kalimoto lassen wir das jetzt gerade mal raus, weil die ja, wie gesagt, sowieso das Ganze beim Import in eine Route konvertieren. Da fällt das jetzt nicht so auf. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel mit dem TomTom diese Route navigieren, dann kann ich aus der Erfahrung sprechen, das Verhalten von TomTom im Falle vom Abweichen. Also wir sagen jetzt einfach mal hier bei dem Punkt 7, ihr wart ein bisschen unaufmerksam, habt nicht zugehört, dass ihr irgendwas von Abbiegen gesagt habt, seid gerade ausgefahren oder falschrum abgebogen. Und in dem Moment seid ihr jetzt von dem Track abgewichen und jetzt muss das TomTom reagieren. Und das Verhalten vom TomTom in dem Fall ist dann so, dass es euch versucht, an die Stelle zurückzubringen, wo ihr von dem Track abgewichen seid. Und das macht das auch beharrlich. Sobald ihr den Track wieder erreicht, das heißt, wenn ihr hier jetzt irgendeinen Bogen fahrt und kommt hier wieder auf den Track drauf, dann macht ihr auch wieder ganz normal weiter mit der Navigation. Aber bis ihr hier wieder drauf gefahren seid, versucht ihr euch permanent wieder rumzudrehen. Und das kann schon ganz schön haarig werden, weil in dem Moment, wo ihr einen Track navigiert wiederum, mit dem TomTom zum Beispiel, habt ihr meistens auch nicht die Funktionen wie sagen, ich will eine gesperrte Straße vermeiden oder sowas. Und dann kann das halt wirklich ganz schön für Verwirrung sorgen. Umgekehrt oder als Kontrast dazu, vielleicht das Verhalten jetzt vom Garmin, so wie ich es kenne, leider habe ich ja kein Gerät, um es wirklich mal selber auszuprobieren. Das ist nur das, was ich so gesehen habe. Weswegen auch bei den meisten Garmin-Leuten immer gesagt wird, schaltet die automatische Neuberechnung ab. Das heißt, wenn das Garmin dasselbe Problemchen hätte, es würde hier abweichen, jetzt von dem Track, dann würde das, und die Neuberechnung ist standardmäßig an, dann würde die Neuberechnung dafür sorgen, dass er versucht, eine neue alternative Strecke zum nächsten Wegpunkt zu finden. Und der nächste Wegpunkt beim Track ist das Ziel. Und genau das würde er dann sozusagen hier machen. Er würde dann einfach mit seinem eigenen Routing zack hier hin. Wie gesagt, das ist das Verhalten, wenn man Neuberechnungen eingeschaltet hat. Und das kann halt schon ganz schön tückisch werden. Ihr kennt euch jetzt wirklich auf der Strecke nicht aus, habt da so einen schönen Track euch raus oder geben lassen von irgendjemandem, und der schwärmt euch noch vor, da kommt er hier und da und dort vorbei. Ihr merkt das jetzt hier nicht. Der berechnet neu, schickt euch ganz woanders lang und dann kommt er irgendwann am Ziel an und merkt dann, ich hätte doch eigentlich noch hier und da vorbeikommen sollen. Warum war das nicht? Durch die Neuberechnung sozusagen. Also der Track, je nach Geräten, je nach App und dem Verhalten, ist nicht komplett verpflichtend im Zweifelsfall. Oder da können Sachen schief gehen. Ich meine jetzt hier in dem Fall ist das nicht unbedingt so tragisch. Ihr kommt immer noch da an, wo ihr ankommen wolltet und hattet dann halt ein bisschen eine abweichende Strecke, die vielleicht nicht genau das war, was ihr wolltet, aber zumindest seid ihr da. Kritischer wird das Verhalten zum Beispiel bei einer Rundtour. Das heißt, stellen wir uns dasselbe Ding hier nochmal vor. Ihr habt hier wiederum einen Track, der bestimmten Rundtour schön zusammengestrickt hat mit schönen Strecken und so weiter. Aber in dem Fall ist halt für rein aus Navi-Sicht Start und Endpunkt hier beides beieinander an der Stelle. Jetzt spielen wir dasselbe Spielchen hier wieder und sagen hier bei Bad Liebenstein biegt er irgendwo falsch ab. Neuberechnung ist an, er berechnet neu. Nächster Wegpunkt für ihn ist das Ziel. Und zack, habt ihr hier die ganze Runde erstmal mittendrin abgekürzt. Wie gesagt, wenn ihr euch da nicht auskennt und merkt das eigentlich gar nicht, kommt dann auf einmal nach zwei Stunden wieder zu Hause an oder an einem Hotel an und dachtet hier, ich habe doch eigentlich eine sechs Stunden, acht Stunden Tour geplant gehabt, wie ist die auf einmal flöten gegangen. Weil ja auch viele, die nach Navi fahren, sich gar nicht mehr drum scheren und zu gucken, welche Orte klappere ich denn alle ab, sondern einfach nur stur der Linie nachfahren beziehungsweise dem Navi nachfahren und dann kann es da böse Überraschungen geben. Und deswegen bin ich persönlich halt auch kein großer Fan von der Navigation mit Tracks. Ich mag halt lieber mir entsprechend viele Wegpunkte setzen, um so meine Route hinzukriegen, wobei mir an bestimmten Stellen halt egal ist, wie ich von dem einen Punkt zum anderen komme. Das heißt, ich gehe meistens her, ich setze mir meine Punkte, die ich sozusagen anfahren will. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den Eisenberg, das Knullköpfchen. Die habe ich mir als Punkte gesetzt, da will ich hin. Im ersten Moment ist mir erst mal komplett egal, wie ich von dem einen Punkt zum anderen komme. Es kann dann natürlich sein, ich weiß, eine bestimmte Ecke ist schön zu fahren. Oder mir wurde halt gesagt, dass irgendwo eine schöne Strecke ist, die muss man unbedingt mitnehmen. In dem Fall setze ich mir dann halt weitere Wegpunkte einfach so hin, dass es da lang geht. Und im Zweifelsfall setze ich die Punkte auch so eng, dass ich sage, genau dieses Stück will ich fahren, dann setze ich mir am Anfang und am Ende einen Punkt hin. Und so ist meine Strategie dann immer, so viele Wegpunkte wie nötig und so wenig wie möglich. Weil das gibt mir dann halt auch die Flexibilität, irgendwann zu sagen, die Funktionalitäten vom Navi aus zu nutzen, zu sagen, oh, jetzt muss ich meine Strecke abkürzen. Das heißt, ich sage dem Navi, hier lass mal einen Bikepunkt, zwei Wegpunkte aus und überspringe einen Teil und gehe mir gleich direkt wieder zum übernächsten Punkt. Und da gibt es dann halt auch noch einen zweiten Punkt, der für mich immer wieder wichtig ist. Und das ist eine Unterscheidung. Das sehen wir jetzt hier im Kurveger recht schön. Eine Unterscheidung zwischen Wegpunkten, die ich jetzt wirklich angesagt bekommen will, im Zweifelsfall auch, und angezeigt bekommen will, und anderen Wegpunkten, die ich eigentlich nur gesetzt habe, damit die Strecke genau dort lang geht. Aber genau diese Unterscheidung gibt es im GPX-Format grundsätzlich erst mal gar nicht. Ich habe es ja am Anfang schon mal erwähnt, eine Unterscheidung im GPX gibt es nur nach Wegpunkt, Routenpunkt und Trackpunkt. Aber alle drei Punkttypen basieren auf demselben Datenmodell. Und da gibt es halt einfach nur Längengrad, Breitengrad und ein paar beschreibende Sachen. Und dieser Unterschied zwischen einem, ich nenne es jetzt mal sichtbaren Wegpunkt und einem versteckten Wegpunkt gibt es im GPX nicht. Nichtsdestotrotz, wir sehen es ja gerade hier beim Kurveger, kennen bestimmte Navi-Apps oder Navi-Geräte genau diese Unterscheidung. Und da ist jetzt halt auch wieder das Problem, wie machen die das? Warum kann das eine das, das andere nicht? Und warum versteht das eine nicht denselben Wegpunktunterscheidung wie das andere Navi-App? Und das wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken. Wer kann diesen Unterschied machen? Und wie wird der ganze Unterschied gemacht? Und warum verstehen die sich im Zweifelsfall nicht untereinander? Es geht uns also hier um die Wegpunktarten. Und wie gesagt, ich habe es jetzt einfach mal genannt, versteckt und sichtbar. Die zwei unterschiedlichen Sachen. Und ich fange erst mal an mit denen, die das eigentlich nicht unterstützen. Und die Hardcore-Kalimoto-Fans, die jetzt aufschreien werden. Ja, ich weiß, es gibt grundsätzlich eine Möglichkeit, so etwas Ähnliches in den beiden Programmen zu erzeugen. Aber ich erkläre es jetzt einfach mal gerade vom Grundsätzlichen her. Da kennt Kalimoto nämlich im Prinzip keinen Unterschied. Und für Kalimoto sind alle Wegpunkte versteckte Wegpunkte. Von Haus aus erst mal. Das heißt, wenn ihr einfach hergeht und setzt irgendwelche Wegpunkte für eure Route und fahrt die dann ab, dann werden die, glaube ich, sogar noch angezeigt optisch, aber jetzt im Zweifelsfall nicht wirklich angekündigt und vor allen Dingen auch nicht gesprochen angekündigt. Umgekehrt ist es dann bei TomTom so, dass für TomTom alles sichtbare Punkte sind. Das heißt, wenn ihr da im MyDrive oder direkt auf ein Gerät hergeht und setzt da verschiedene Wegpunkte, dann wird jeder einzelne Punkt wirklich dick angekündigt und dann auch angesagt, hier Zwischenziel erreicht und so weiter. Das heißt, das ist das Grundverhalten von Kalimoto und TomTom, was das angeht. Eine Unterscheidung haben wir dann zum Beispiel bei Scenic. Und da ist es dann so, bei Scenic heißt ein versteckter Wegpunkt ein Via, ein Via-Punkt. Und ein sichtbarer Wegpunkt heißt ein Stopp, weil ihr da sozusagen geplant anhalten wollt und wirklich einen Stopp machen. Dann gibt es natürlich hier unseren Vorreiter Garmin, die kennen auch die Unterscheidung. Bei Garmin heißt ein versteckter Wegpunkt Shaping Point und ein sichtbarer Punkt heißt Via. Das heißt, hier sehen wir schon, ist so der erste Konflikt ein bisschen. Und dann habe ich mir jetzt noch nochmal Kurviger rausgegriffen. Da haben wir ja eben auch schon gesehen, der macht auch die Unterscheidung. Und bei Kurviger heißt ein versteckter Wegpunkt auch ein Shaping Point. Shaping. Und ein sichtbarer Wegpunkt heißt Zwischenziel, aber in der Datei drin dann auch Via. Okay, jetzt könnten wir sagen, es gibt hier einen Konflikt zwischen Scenic und den beiden anderen, aber es ist sogar noch eine Ecke schlimmer. Bei den letzten beiden sieht es ja so aus, als wären die sich eigentlich einig. Shaping Point, Via Point, da benutzen sie beide denselben Ausdruck, aber sie benutzen zwei verschiedene Ansätze, wie das Ganze jetzt in der GPX-Datei gespeichert wird. Und da gucke ich mir zuerst mal eine Datei an, die aus dem Kurviger exportiert worden ist. Das heißt, hier habe ich meine Kurviger Route. Und wenn ich hier die einzelnen Routenpunkte aufklappe, dann sehen wir, es gibt immer das Feld Type. Das ist ja wirklich in dem GPX-Format definiert, dass es da sein kann. Und es macht ja eigentlich Sinn, jetzt hierher zu gehen und sagen, okay, wir haben Start, wir haben Shaping und wir haben Via. Um so diese Arten zu unterscheiden. Das Problem an der Stelle ist aber, in der Definition vom GPX-Format steht hier einfach nur drin, Type ist ein String. Das heißt, eine beliebige Zeichenkette, da kann jeder reinschreiben, was er will. Kurviger ist jetzt halt hergegangen, hat gesagt, okay, Start, Shaping und via, das sind so die verschiedenen Sachen. Und ich habe dann mal geguckt, wenn es einen Start gibt, gibt es ja bestimmt auch ein Ende, aber vielleicht heißt es auch Stop. Und letztendlich, wo ich nachgeguckt habe, es hieß Destination. Und das zeigt halt das Problem. Man kann da reinschreiben, was man will. Und solange sich keiner einigt, dass das immer so sein soll, beziehungsweise es keine Regel dafür gibt, dass es genau so sein muss, kann halt jeder machen, wie er will. Und dann hat man halt kein einheitliches Format an der Stelle. Und das Ganze kann halt auch nicht vom Computer zum Beispiel validiert werden, ob das jetzt wirklich eine gültige Datei ist dadurch. Weil das ist einfach nur eine beliebige Zeichenkette an der Stelle. So, und wie man das auch nochmal anders machen kann, das zeigt jetzt, ich nenne es immer gern, unser Streber, Garmin an der Stelle. Und kennt ihr noch den aus der Schule, der halt immer genau sich an alle Regeln gehalten hat und auch immer noch ein bisschen mehr gemacht hat wie alle anderen? Das ist Garmin bei uns, wenn es um die GPX-Dateien geht. Deswegen sage ich da immer so gern Streber zu. Wenn wir da nämlich mal reingucken in so eine GPX-Datei, die von Garmin kommt, mit einer Route drin in dem Fall, dann sehen wir, die schlagen hier oben schon mal so richtig zu. Das heißt, hier gibt es jetzt nicht nur einen normalen Namespace. Das heißt, hier wird auch brav das Original-GPX-Schema geladen von Topografx als Grundlage. Aber jetzt wird das Ganze nochmal erweitert. Hier kommen wir jetzt also wirklich zu den Erweiterungen, zu den Extensions. Und da ist es also so, wir können noch zusätzliche Namespaces, zusätzliche Schemas laden, die zusätzliche Elementtypen beschreiben. Und da ist es also so, hier der erste Namespace, der ohne so einen weiteren Zusatz kommt, das ist der standardmäßige, das ist Default so. Und alle anderen bekommen dann halt, wie gesagt, hier so einen Kürzel, mit dem man den Namespace später dann auch entsprechend zuordnen kann. Wir merken uns jetzt einmal hier exemplarisch genau diese zwei. Das heißt, hier gibt es einen Namespace GPXX, der für GPX-Extension steht. Liegt sogar in der Version 3 schon vor. Und hier gibt es nochmal einen Namespace TRP für Trip-Extensions. So, und wenn wir jetzt in die Datei hier unten reingucken, sieht das alles erstmal so schön aus, wie bei den ganzen GPX-Dateien bisher auch. Aber hier wird jetzt zum Beispiel die Extension genutzt. Und in der Extension drin, zack, haben wir jetzt da genau diesen Namespace, den wir oben angegeben haben mit TRP und danach einen Doppelpunkt. Und das heißt jetzt sozusagen hier in dem Fall, dieser ViaPoint ist in der Trip-Extension definiert. Und da halt jetzt wirklich mit Regeln festgelegt. Und jetzt sehen wir hier, hier ist jetzt wirklich ein Elementtyp ViaPoint festgelegt. Und hier unten ist ein Elementtyp ShapingPoint festgelegt. Das lässt sich validieren sozusagen, das ist festgelegt, das ist jetzt genauso vorgeschrieben. Das ist aber was, was Garmin sich ausgedacht hat. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob jeder grundsätzlich die Erlaubnis hat, diese ganzen Extensions auch zu verwenden. Ich denke ja, weil die basieren das ja auf einem offenen Format. Und damit müssen sie, glaube ich, ihre Erweiterung auch offenlegen. Das heißt, ihr könnt natürlich auch oben an den ganzen Stellen nachgucken, wie Garmin das halt definiert hat. Von daher kann es grundsätzlich jeder nutzen. Aber die sind auch nochmal ein Stück drüber weggegangen. Das heißt, hier ist es jetzt wirklich eine Erweiterung. Es ist nach wie vor ein Routenpunkt. Der lässt sich von jedem beliebigen Programm lesen, was GPX unterstützt. Und lässt diese ganzen Zusatzsachen, die hier reingepackt worden sind von Garmin, stören jetzt ein normales Programm, was einfach nur GPX interpretiert. Nicht weiter. Umgekehrt sehen wir jetzt hier schon ShapingPoint. Das war ja der Versteckte. Da braucht man nicht weiter was. Und bei den ViaPoints, da gibt es dann halt sogar noch zusätzliche Informationen. Und eine weitere Erweiterung, die Garmin zum Beispiel hier gemacht hat, ist jetzt direkt in der Route drin. Das heißt, eben haben wir gesehen, eine Extension hier in einem Routenpunkt. Aber auch hier in der Route selber gibt es eine Extension. In dem Fall sogar zwei. Einmal von dem GPXX, eine Route Extension. Und hier aus dem Trip, eine Trip Extension. Und hier gibt es zum Beispiel jetzt einen Transportation Mode. Das heißt, hier hat Garmin wirklich auch eine Erweiterung geliefert, die quasi dem Importieren-Programm einen Hinweis gibt, was für eine Art von Routing verwendet werden soll. Und das ist immer noch nicht alles. Also wie gesagt, die haben sich an vielen Stellen so richtig ausgetobt. Und letztendlich, würde ich sagen, ist Garmin hergegangen und hat sozusagen, statt ein eigenes Dateiformat zu definieren, die halt alle Funktionen von ihrem Navi unterstützen, statt das zu machen, sind sie hergegangen und haben wirklich den Standard-GPX genommen und die ganzen Erweiterungen dazu gepackt, um damit quasi die ganzen Zusatzfunktionen, die ihr Navi bietet, in die GPX-Datei mit reinzupacken. Und wie gesagt, das andere, was ich dann hier bei meinen Nachforschungen sozusagen gefunden habe, fand ich recht interessant. Und da geht es wiederum hier um eine Routendatei. Und da wird hier von Garmin ein Trick verwendet. Das heißt hier, das ist wie gesagt eine Route. Wir haben hier eine Route RTE. Wir haben einen Routepoint, den ersten Routenpoint. Und dann in der Extension drin, wiederum in dem GPX-X, gibt es eine Route Point Extension. Und hier seht ihr auf einmal weitere Wegpunkte drin. Was hier gemacht worden ist, ist im Prinzip, wenn im Basecamp eure Route geplant worden ist und ihr exportiert die Route als GPX, dann packt ihr quasi den Track zwischen den einzelnen Routenpunkten als Extension hier in die GPX-Datei mit rein. Damit weiß sozusagen das Navi automatisch schon, wie die Route verlaufen soll, nämlich entlang diesem Track zwischen den Wegpunkten. Ihr könnt also zum einen sicherstellen, das Gerät muss eigentlich erstmal keine Berechnung der Route machen, wenn es die Datei reinlädt, weil es nimmt dann erstmal den Track, der hier zwischen den einzelnen Punkten genommen ist, zur Navigation. Und wenn ihr aber abweicht quasi, dann hat es trotzdem noch die Originalroutenpunkte und kann dann direkt zum nächsten Routenpunkt einfach nur neu berechnen, anstatt bis komplett zum Ziel. Und das war es jetzt, glaube ich, erstmal. Weiter quälen will ich euch jetzt erstmal nicht. Ich hoffe, ihr habt einen recht schönen Eindruck bekommen, was alles funktioniert mit GPX-Dateien, aber auch, warum bestimmte Sachen nicht funktionieren mit GPX-Dateien. Vor allen Dingen so diese Illusion, ich gebe eine GPX-Datei weiter und dann hat er genau dieselbe Route wie ich. Funktioniert aus meiner Sicht, wie gesagt, in den seltensten Fällen. Jetzt wisst ihr hoffentlich warum und vielleicht habt ihr so ein bisschen Ansätze, was für euch die richtige Strategie ist, damit umzugehen. Und es hilft euch hoffentlich in irgendeiner Form weiter. Ja, und das soll es dann gewesen sein für die Woche. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.